Ich gerade und ich sehe gar nix mehr. Oh, die Axt wird auch langsam... ...nicht mehr... ...gut. Oh, 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 ich hab hier was gefunden, glaub ich. Oh, 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 oh! Ich hab, glaub ich, einen Respawnplatz... Oh, Lava! Ja, das ist cool. Was hab ich hier noch gefunden? Was ist das hier? Okay, hier geht es nicht weiter... Da geht es weiter, sehe ich gerade. Ne? Oder? Lööö. Okay, ich hab hier eine Unterirdische... Oh, 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 oh! Oh! Ich habe sogar einen Respawnplatz gefunden, glaube ich. Hier. Wer nicht weiß, was ein Respawnplatz ist... Ja, das ist ein Platz, wo Leute respawnen. Ich brauche hier einen Weg, sonst kapiere ich. Nein, nein, stirb nicht, stirb nicht, du Sau. Boah, ich flippe aus, was für ein Scheiß. Das ist doch peaceful, ich kann nicht sterben. Oh, ja, genau. Ich bekomme natürlich einen Affen. Ist das wirklich peaceful? Ja. Was für ein Scheiß! Wo habe ich überhaupt gegraben, ganz ehrlich? Habe ich hier unten gegraben? Oh, ich brauche wieder... Oh, ich gehe runter, vielleicht habe ich ja Glück und dann ist das doch da. Habe ich hier überhaupt noch was drin? Nein, hier habe ich was drin. Auch Holz, gut. Und ein bisschen Stein, damit ich noch eine Spitzhacke basteln kann. Warte, hier habe ich doch Dings gemacht. Eisen, genau. Da brauche ich das gar nicht, cool. Ey, nein, das, das brauche ich. Ähm, wie viel von dem bastel ich denn? Was kann man denn alles überhaupt basteln? Das weiß ich gar nicht. Was passiert, wenn ich das so mache? Nix. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. So, das passiert nix. Okay, wenn ich jetzt wieder krepiere, dann beiß ich mir in den Arsch. Ah, jetzt gibt's doch nicht, ey. So, wo habe ich gegraben? Hier. Blub-Lub-Lub-Lub-Lub-Lub-Lub-Ldu-Lub-Lub! Globo-Lub-Lub-Lub-Lub-Lub-Lub! SSC Ganz ruhig. what soul das werden? so doof ich werde hier von einem Huhn angegriffen oh mein Gott okay ah ich bekomme natürlich jetzt fette Naffen oh verdammte scheißbeschissene scheiße oh jetzt gibt es noch nicht oh muss mir das passieren ganz ehrlich und könnte runter noch nicht oh man das wird lange dauern okay ich brauche einen Aufzug wie baut man einen Aufzug mittel Wasser sollte ich weiß da muss ich in einen Eimer basteln und wie geht in einen Eimer keine Ahnung ahhhh ich bin heute voll interessant glaube ich oh so 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 wo war denn hier dieser schöne au boah da liegt alles das nenne ich mal cool jetzt habe ich hier alles sehr schön wie weit geht das denn runter oh scheiße ja genau mach es mit Sand fertig so so fackeln habe ich genug da gehen wir mal in den respawnplatz hier ist der respawnplatz oh mit sogar einer kiste mit sachen drin okay was ist das für respawnplatz oh zombie respawnplatz cool das finde ich geil den findet man eigentlich ganz selten soweit ich weiß also hier nachos okay das finde ich cool ja das finde ich jetzt nicht cool okay das finde ich sehr sehr geil ein zombie respawnplatz schauts euch an mit sachen drin das ist ein schatz cool also mir gefällt das was ist das denn oh sollte ich weiß kann das Lava sein kann das sein ich weiß gar nicht bin mir nicht sicher was ist das nachos keine ahnung aber ich habe hier was anderes gefunden was auch cool ist ach ich brauche eine neue maus ey ich klicke hier ich drücke die ganze zeit da passiert gar nichts so so das war es alles oder ja alles war es totz ja was ist das also irgendwie wird das wohl sehr selten sein glaube ich so weil wäre das nicht selten würde dann nicht 20 stück rauskommen ey ey ich habe da ein gold vorkommen gesehen genau da muss ich auch noch abbauen auf ups oh hier geht es sogar weiter hier irgendwo ist Lava das weiß ich fuck oh ich glaube ich muss noch weiter graben das ist so herrlich oh oh geil das war natürlich super geil was man hier für Sachen findet das war geil ich sehe gar nichts mehr warum bleibe ich überhaupt hier weiter ok so jetzt gehe ich mal zu den gold vorkommen ich glaube das ist gold weil warum würde das so immer geil aussehen wo oh ja das ist ja nicht geil oh yeah oh yeah so tja geht es hier irgendwo noch weiter auf Nö, ich glaub hier geht's nicht mehr weiter. Nur hoch. Stell sich die Frage, wo ich jetzt grad, von wo ich gekommen bin. Von wo bin ich jetzt gekommen? Von irgendwo hier oben, oder? Vielleicht da. Nee. Nee. Wo bin ich gekommen? Nee, irgendwie hoch. Oh, dann lassen wir wieder 20 Bart sein, glaub ich. Wo ich nur scheiße laber und irgendwie... So. Oh, 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 oh. Oh, ich Idiot. Ich hab da was Schönes gefunden. Das nennt sich Kohle. Oh, cool. So, Kohle. Eingesammelt. Oh, da ist ja noch Kohle. Oh, ich dachte, hier hab ich irgendwo Kohle noch gesehen. Jetzt hab ich verschwunden. Das war doch hier. So. Ist das Kohle? Oh, ich hab jetzt noch Kohle für mein ganzes Leben, ey. Jetzt brauch ich nie wieder mal irgendwie fackeln. Irgendwie Kohle suchen, weil ich hab schon genug. Hört sich mal gut an. Also, heute darf ich. Also, es ist Gold vorkommen und was weiß ich. Und irgendwie scheiß... Irgendein krasser Sound. Oh, hier geht's weiter. Okay, wir haben wieder eine Höhle gefunden. Geile Sache. Und hier ist... Nichts. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Eigentlich nichts Besonderes, kann man sagen. Hey, im Wasser. Voll. Oh, ich hab ja noch... Oh, übrigens mal. Egal, dafür habe ich TAC hier. Das nennt sich Kohle. Mit Kohle kann man... Fackeln machen. Fuck machen. Man kann Leute abfacken mit Fackeln. Versteht ihr? Abfackeln. Abfacken. Nein. Okay, die Höhle ist noch ein bisschen größer, als ich gedacht habe. Oh, wieder Kohle. Oh. Hier sollte man irgendwie Stein vorkommen... Äh, Holz vorkommen kommen. Holz vorkommen kommen. So. Kein Gold vorkommen, schade aber auch. Diamant vorkommen wäre geil. Also Diamant hatte ich noch... Nee. So. Ja. Ich bin. Vielen Dank.